Eröffnung des Flughafens Kassel-Calden am 4.4.2013, die erste Landung um 11.10 Uhr. Ein Blick auf das neue Terminal. Die ersten Besucher zur Eröffnung des Flughafens treffen ein. Es ist 10 Uhr morgens, auch hier haben sich schon etliche Besucher und Prominente eingefunden. Die ersten Besucher zur Eröffnung des Flughafens. Die ersten Besucher zur Eröffnung des Flughafens. Die ersten Besucher zur Eröffnung des Flughafens. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist jetzt 10.30 Uhr und viele Besucher wollen die geplante Landung um 11 Uhr mitbekommen. Am Infostand ist eine große Leimand angebracht, damit auch hier das Geschehen beobachtet werden kann. Bei eisiger Kälte warten Tausende von Besuchern auf die erste Landung. Um 10.11 Uhr ist es dann soweit. Die Maschine von Frankfurt kommend setzt zur Landung an. Die Maschine wird die Maschine mit einem Pfad. Die Maschine wird das Fahrzeug zur Endposition gezogen. Die Gangway wird an das Flugzeug herangefahren. Für die ankommenden Passagiere wurde ein roter Teppich ausgelegt. Nach der Landung haben die Besucher den Infopoint wieder verlassen. Die Behörden von Ihnen so erfolgreich, oder besser gesagt, Sie so erfolgreich begleitet haben und dass Sie Danke gesagt haben. Und ich gebe Ihnen diesen Dank gerne auch weiter. Und Sie würden wir heute diesen Start auch nicht feiern. Und deshalb herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.